Wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Town of Salem. Mit dabei ist der Chaco. Hallo. Hallo. Der Bebe. Grüß Gott. Und der Blankwut. Mahlzeit. Heute kein Alex, deswegen bin ich der Chaco. Das ist korrekt. Auch wenn ich mich gerade frage, warum die Musik so viel lauter ist, obwohl man sie vorher leiser dreht. Das ist wieder mal göttlich. Du bist ein Noob, du kannst nichts. Das ist einfach Town of Salem, ist ein Noob. Du bist ein Noob. Deine Mutter ist kein Noob. Das ist wahr. Weil das sind ja alles Noobs, außer Mutti. Richtig. Ich bin wie immer böse. So, ich muss jetzt leider die Musik hier ausschalten, weil die einfach zu laut ist, sonst höre ich euch nicht mehr sprechen. Was? Ja, ihr müsst auch sprechen, weil sonst höre ich euch auch nicht sprechen. Was? Gut, Krian ist böse, hab ich gehört. Hörten. Wir sind Retri, ist wieder so eine geile Rolle. Retri. Der Jailer hat uns erst mal direkt mitgenommen. Wir sind Retri. Mal gucken, ob er uns glaubt. Wahrscheinlich nicht. So. Aber Retri ist eigentlich auch eine Rolle, die man schön claimen kann, weil keine Sau kann es überprüfen. Außer wenn man halt einen wiederbelebt, klar. Ist halt so. Ernsthaft, ich werde zu langsam mit dem Namen eingeben. Haha. Nope. Wieso sagst du das? Richtig. Es gibt ja zwei. Ist egal. Einer von den beiden ist er. Genau. Dann ist Ruhe. Also, eigentlich sind es vier. Hä? Nein. Es gibt da zwei Leute mit Standardnamen. Richtig. Einmal John Proctor und einmal William Phipps. Richtig. Die Mafia hat eine Immune gefunden. Ja. Und der SK hat einen Mafia gefunden. Es sieht für uns Taunis schon gut aus. Sehr gut. Du bist Taun. Klar bin ich Taun. Ich bin absolut gut und lieb und nett. Zu allen Menschen. Ich will mit Kryon arbeiten. Nee, erst wieso. Oh, mehr Reveal. Auch geil. Wir sprechen in Caps. Mi 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 mi. Warum tun wir das? Daaa. Hast du gerade die Tasse losgelassen. Ja, das war nach dem Caps zu Ende. Der Satz. Ich habe zwar noch weiter gesprochen, aber das war nicht für euch bestimmt. Erstmal ein bisschen provozieren. Erstmal klein schreiben. Warum wollen die jetzt Newkid umbringen? Weil er nicht Caps reden will. Oha. Ich meine, er ist ja auch neu. Alter, nicht in ihr Ernst. Ich musste gerade erst mal gucken, ob ich Newkid bin. Jaaaay. Töten wir den Jailer. Hallo? Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Ihr seid zu ruhig. Irgendwie leckt das bei mir gerade. Das ist Town of Salem. Das kann vorkommen. Irgendwie leckt bei mir gerade komplett Firefox. Was stellt es doch wieder an? Du sollst keine Pornos runterladen. Ach nee, es ist nur Flash Player. Uuuuh, sogar zwei Guilty Boats. Okay, ganz ehrlich, die voten mich hoch. Hat Greenleaf nicht Innocent gewählt? Wahrscheinlich, weil er auch nichts schreibt. Und es soll deswegen gehängt werden. Was ist das denn jetzt für die Vermeer hier? Erstmal ausratzen. Die kriegen jetzt erstmal schön... ... ... Schreiben wir das noch hin. So. Oh, wir haben sogar überlebt. Nice. Was geht denn bei dem Meer, ganz ehrlich? Ja, keine Ahnung. Der ist ein bisschen komisch im Kopf. So, wenn wir da nacht, alles ist ganz ruhig, alle schlafen, ich hab Hunger, also im echten Leben. Und wir haben im echten Leben nicht nacht. Das ist noch helligster Tag. Und was macht ihr nacht so? Bringt ihr wieder Leute um? Nö. Wie, wie, okay, okay. Krian, du so? Ich überleg grad, ob ich jemanden töten will. Okay. Oder ob er den DJ-Haten-Framen möchte. Greif einfach den Meer an. Ach, als ob. Der kann gar nix. Er hat es verdient zu sterben. Das Opfer. Aber das ist einfach so geil, dieser verschissene Idiot von Meer hat mich geoutet, und deswegen hat die Mafia mich gekillt. Vielen Dank auch. Ist nicht mal... Warst du der Jailer oder was? Natürlich war ich der Jailer. Und das noch nicht mal ein Dings drauf gewesen? Ein Doc auf dich? What the fuck? Was ist das für ein Spiel? Wahrscheinlich ist der Doc zum Meer gerannt. Wahrscheinlich. Immerhin. Das ist der Vorteil gewesen. Wir hatten dann den Meer umgebracht. Dann könnte es wäre der Beowulf. Besuch. Besuch. Hmm. 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 Der Forger auch. Oh, das ist jetzt. Das wird er weg. Hoffentlich. Ja, einen könnte es noch geben. Ja, aber glaube ich nicht. Ja, ist unwahrscheinlich. Aber könnte es geben. Und hier ist nichts zu sehen. So was Ärgerliches, mein schöner Wille. Oha. Oha. Gutes Regrieren. Ich weiß, dass ich der Retrie bin. Und wir ihn jetzt erstmal gleich wiederbeleben werden. Jetzt würde ich gerne wissen, ob der Jailer den Werwulf eingeladen hat. Alter, dieser Jailer. Dieser Meier. Geht gar nicht klar. So. Baby. Du lebst noch? Ja, ja. Ja, ja. Noch irgendwer? Ich lebe noch. Ach, nur Krianus gestorben? Sehr schön. Sehr schön. Mwahaha. Ich bin ausnahmsweise mal... Eigentlich, ich sag einfach nichts. Mhm. Sag einfach nichts. Vielleicht ist es einfach besser. Ja, muss ich Ihnen noch sagen, dass ich dieses Spiel noch nicht so oft spiele? Du warst wahrscheinlich der Meier Gips zu. Nein, ganz ehrlich. Ich hätte irgendwas anderes gebracht. Okay. Okay. Also, wirklich. Caps Lock. Das ist zu einfach. Okay. Jo. Was will Whisper von Pink wissen? Hä? Was ist los mit den Leuten? Ja, sind alle verwirrt. Ich meine, der hat ja nichts geschrieben, außer Nice Poetry. Nerve Mind. So, dann holen wir jetzt heute Nachbarn in Krian. Ja, der hat nicht liebt. Yeah. Krian war Nukid. Hast du noch ein bisschen geflamed oder was? Nein. Oha. Hast dich zurückgehalten? Ich habe ihn ignoriert. Oha. Krass. Ignoriert es eigentlich auch außerhalb vom Spiel? Weiß ich nicht. Nein, nicht nur im Spiel. Nur während der einen Runde. Oh, ist ja langweilig. Ja, jetzt ist es mit Absicht so. Ja, logisch. Sonst, also ich denke mal, die Spieleranzahl ist noch nicht hoch genug, damit es funktioniert. Wäre ja dämlich, wenn du eine neue Runde startest und er schreibt mir irgendwas Wichtiges und du weißt nicht, dass du ihn bekommst. Ne, ich hätte dann eher so gedacht, dass man halt erst gar nicht ins Spiel kommt mit dem. Nein, Blau ist gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vigilanti. Wir haben nur noch zwei andere Farben. Rot und Grün. Und Pink. Bitsch. Escort. Oder er war Consort und der letzte Mafia. Dann wäre er aber nicht Consort gewesen. Ja, nicht mehr, aber er hätte seinen letzten Willen noch gleich haben können. Lookout, okay. Oh, Krian ist zurück. Oh, der ist ja nicht mehr da. Okay, Ming-Sling wurde attackiert. Also ganz ehrlich, der braucht einen Doktor. Ja, genau. Und diese Frage vor allem, who attacked me? Hm, ist klar. Hier, ich war sorry, ich bin Esc. Wollte dich eigentlich nicht umbringen. Aha. So. Also wenn ich, wenn ich Esc wäre, würde ich Mixling mal übern Haufen nehmen. Ming-Sling. Jetzt wird hier lustig gewotet. Interessant, interessant. Interessant. Also wenn ich, wenn ich es nicht umgekehrt habe, würde ich es nicht umgekehrt haben. Nichts geschieht. Keine Dinge passieren. Wir sollten alle ihm unsere Rollen erzählen. Was mit dem Rollen erzählen, das geht mir immer tierisch auf den Sack. Schlimm sind dann die Leute, die halt meinen, sie müssten das machen. Was meins? Es gibt halt, wenn man sowas hat, wie ein Confirmed Townie, wie zum Beispiel jetzt den Kriant. Dadurch, dass hier jeder weiß, er ist Jailer, er war ja schon tot. Oder ein Mäher, der sich outet. Dann gibt es oft so, wisst ihr halt mir alle eure Rollen und dann erfahren wir, wer die Bösen sind. Und so Sachen. Ich meine, es klappt halt meistens, aber ja. Es nimmt halt den Spaß. Richtig. Nee, ich würde nicht sagen, es macht das Spiel kaputt, weil es hat eine Möglichkeit, dass die gegeben ist. Aber ich finde es irgendwie komisch. Also langweilig halt. Ganz ehrlich, dieser Mingsling und tschüss. Nein, ich und tschüss. Aber Mingsling auch. So, sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant. Sehr interessant. Oh, der war auch dazu gelegt. Ja, Mingsling, ah, Doktor. Laut den Toten hätte nämlich einer von denen es Kale sein sollen, die gerade tot sind. Hm. Und wenn, das ist sogar gut möglich. Jo, mit dem Werwolf, definitiv. Wie viele Doktoren hatten wir? Wir können uns zwei gehabt haben. Nee, drei. Drei sogar, ja. Ja, Theorie, ja. Warst du einer oder was? Mhm. Und Mingsling war auch einer. Und Kriat, ich hab's probiert auf dich zu gehen. Irgendwie wollte das nicht. Ach, war das die Nacht, wo du's geleckt hat? Frag mich nicht, wieso es nicht ging. Der SK ist tot? Jupp. Hab ich gesagt, einer von denen soll SK sein. Mhm. Ich wollte ihn erst mitten im Exekutieren, aber es war halt Auskunft von, ähm, von der Mafia. Und das ist immer so eine Sache, könnt ihr eine Lüge sein. Achso. Richtig. Ja, gut. Jetzt ist nur noch der Dings drin. Der Werwolf. Ja, ich weiß, wer es ist. Der Vigilante in Pink. Hat sich selbst umgebracht. Stell euch mal sowas Hüpfendes im rosa Tütüfe mit nem Gewehr. Geil. Ah, herrlich. Wird noch witziger für mich, wenn ich mich dich im... Nein. Das fände ich nur komisch, nicht lustig. Äh, ich fänd's lustig. Okay. SKY. Oh yeah. Hm. Kokolade. One of them is medium. Hm. Könntest du bitte auch... Alter, wer auch immer das ist. ...dass du saugen, das ist total nervig. Das ist bestimmt BB. No, sorry. Nicht saugen. Ach, ähm, das sind immer noch diese... Hör auf damit. Das ist tierisch laut und komisch. Äh, bisher hat man's nicht gehört, sorry. Also wahrscheinlich, weil die Packung kostbar ist. Ja, schön wie die Taunig-Wort. Wie keiner mir folgt, wenn ich sage, lyncht sie oder weht sie. Na, einer ist dir gefolgt. Du bist ja Jailer. Du kannst das regeln. Du kannst das regeln. Außerdem nach dem Meer hat die Taun einfach kein Vertrauen mehr in andere Menschen. Baby. Baby. Hör auf, deine Nüsse zu saugen. Kannst du nicht aufhören? Doch. Doch, bist du so. Nein. Gibt jetzt keine Nüsse. Das sind die ewig weg. Ich weiß gar nicht, wie man das noch hören kann. Man hört es. Stille in der Nacht. Nicht mal Nüsse werden gehört. Schön. Geil. Hab so das Gefühl, ich weiß nicht. Er war nicht der Wolf. Doch. Ich stehe davon aus, dass er es ist, aber es gibt noch einen Mafioso. Oh, toll. Hmm. Wenn ich da jetzt wirklich das Medium gekillt habe, dann ist es seine Schuld. Wenn es mir nicht meine Fragen beantwortet hat, ist es zu sterben. Ganz easy. Was ist das denn? Das war wahrscheinlich einer der AFK war. So ganz entspannt. So, jetzt muss ich anfangen zu denken. Das ist blöd. Das ist blöd. So. Ich frage ihn, was hast du in der dritten Nacht geschrieben? Er schreibt es nicht. Und das waren nur zwei Wörter, die er geschrieben hat. Mehr dann nicht geschrieben. Ja, Mafia und Werwolf. Einer von beiden gewinnt. Denjenigen, den wir jetzt nicht hängen. Ja, wenn der Jailer nicht tötet. Äh, der Mafia nicht tötet. Indem er die Mafia lynscht, oder? Ne, das ist Werwolf-Mapia-Tex. Ne, das ist ein Werwolf-Mapia-Tex. Und die Mafia nix macht. Aber was für ein Idioten-Medium schon wieder. Ich schwör's. Ja, das passiert irgendwie öfter mal. Crapbook ist auch böse. Alle sind böse. Dann töte sie, wenn du noch lebst. Ich kann nicht töten. Ey, das kotzt mich schon wieder so an mit diesem Vollidioten-Medium. Ah ja, passiert? Man kann dir ja keine Vorwürfe machen. Kann man schon. Ja. Hat der Jailer einfach das Medium umgebracht. Ich erinnere dich nicht, was er geschrieben hat, weil es so dumm ist, den beschissenen, verfickten Jetlog zu benutzen. Tja. Was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Wir kriegen Rage doch nicht so. Doch, weil immer diese Vollidioten mitspielen. Das kotzt mich an. Ah ja, lesen ist nicht jedermanns Stärke. Uh. Ja, damit hab ich jetzt auch verloren. Gut, gut. Das heißt, ich stehe da gerade mit einem Survivor und einem Wehrwolf. Ich hoffe, er tötet mich. Er wird vielleicht doch einfach nur mich greifen, nur um hier das Spiel zu versauen. Mit mir spricht gerade ein Medium, aber es spricht nicht. Oh, jetzt schon. Sagen Sie, es ist ein verdammter Vollidioten, soll das Spiel deinstallieren oder den Account löschen. This rage is true. Das ist doch wahr, wenn ihr zu dumm ist, oben auf diese scheiß Sprechblase zu drücken. Was ist denn kotzen? Ich bin sehr froh, immerhin war der Survivor auf deiner Seite. Und ich bin tot. Yay. Yay, ich hab gewonnen. Du warst Wisp, oder? Ja. Ey, ich schwör's wieder. Du armer Retri, du. Und ich war pro Town. Ja. Aber ihr wisst ja, alles Noobs außer Mutti. Da passieren dann auch so Sachen. Aber wir konnten endlich Kriant's letzten Willen sehen. Ja. Unverändert. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Town of Salem. Und ja, bis dahin euch ne schöne Zeit und bye bye. Tschö. 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 Tschö.